Hallo, Fifa 17, Dennis gegen Patrick, Dennis ist Man U, Manchester United und Patrick als Franzose spielt Bayern München. Warum, warum wissen wir nicht, dich hört man eh nicht Patrick. Da sind zwei Franzose. Jawohl, zwei Franzose drinnen spielen. Spielt der Patrick mit Bayern. Patrick hat zum Beispiel auch einen Kanal, Red Tox. Und wir sind MML Production. So. Ja, genau. Jelly Beans. Hallo, Jelly Beans. Äh, der Jelly Beans ist auch, warum wir beim Rocket Beans, ähm, ja, im Chat. Wenn, wenn jetzt noch der Panda Black kommt, dann ist der Steffen. Ja, richtig, das ist die Demo, Jelly Beans. Okay. Hey, geht es? Bei der Demo kann man jetzt nicht, ähm, online. Nein, bei der Demo geht es nicht online. Tut mir leid, Jelly Beans. Aber der Tennis, Tennis wird dich platt machen. Ooooooh, du Step-to-Play da, hahaha. Harajah Hahahaha. Alter, die Sibildinger. Alter, du Mungo. Hahaha, Alter, der ist jetzt so … vorhersche ¿er? Jonas, Jellybeans, forever! Tite und... Ajo, spiel mal die Demo, Jonas. Du bist, Alter. Ja, komm, schreibe, ich lese es. Oh, so, jetzt, fangt's jetzt an? Wo ist der Kommentator aus? Oh, Dennis. Ja, bis jetzt geht's noch, warte mal, wie lang's geht. Okay, Kommentator, du ich sagen... Ah, doch, Soundeffekte los, oder? Soundeffekte anlösen. Schau mal, wenn ich vorlasse, Musik jetzt sowieso an. Höh, Dennis! Hahahaha! 5 zu 0! Höh, 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 höh. Patrick ist in Rot. Dennis... Was? Okay. Du bist jetzt rot, Dennis. Das bist du, Dennis. Okay, Dennis geht zum Tor. Ah, ein Hörfer. Hallo, vier Zuschauer! Schreiben in der Chat, wer ihr seid. Wir freuen uns. Okay. Weiter geht's. Dennis passt zu irgendeiner. Ich... Ich kenne mich nicht. Dennis schießt und... Oh, ja, 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 ich weiß, als schlicht du da, da bin dann verziert mir ich auch was anderes. Warum war der Weg? Du siehst mich doch. Prost Jonas. Müller! Müller! Ich geh mal rüber rein. Nix ist. Kein Tor. Eckball. Ja, gut, jetzt ist es noch ein Tutorial. Wir sind Experten. Und... Nix ist. Oh, dann ist der Burg. Und... Oh! Tor, Tor für Dennis! Jonas holt selber die Fris. HD 11, Jonas. Oh, Herr, jetzt, was ist jetzt los? Michi spiel an der Kamera, wenn Jonas, was da los ist. Wo siehst du, dass mir vier... Ah, und... Und der Recht von der Zuschauer? Zwei Zuschauer haben wir noch dann. Aber... Endlich, der Patrick, Endlich, der Jonas. Immer zwei Fremde. Da jetzt... Michi... 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 Wo bin ich? Oh, ne, auch gut. Oh, ne, ich muss da lieber. Oh, ne, jetzt muss ich... Ja, ich seh's doch du! Na, jetzt hab ich mir mein Handy. Dass ich mir Kontrolle machen kann. Na, guck, jetzt bin ich weggegangen. Jawohl, jetzt lieber Fiat. Ah, da bin ich. Jo, nicht. Ja, das bin ich weggegangen. Naja, Dennis Viert. Dennis... Dennis Viert. Hahaha. Men you! Weil... fast so gut wie der FCK bist du... Ja, Bremen, aber auch... ähm... Bremen 4 zu 1 verloren gegen Gladbach. Heute... Dortmund 6 zu 0 gewonnen gegen Darmstadt. Dortmund hat jetzt 6 Punkte. Ja, Bayern hat 9 Punkte. Ja, also, wenn... Jonas, wenn du fragst, ich schreib nicht der Patrick, der Michi schreib mit dem Patrick am Handy. die... Bomba! Oh! Aber her, aber die Zuschauer sind aber total schlicht animiert. Das müssen sie aber noch besser machen. Aber dann... Also, noch ganz, 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 ganz schlecht. Oh, ein Zuschauer hat sich verabschiedet. Mach's gut. Bye, bye! Bus! Zug! Nimm Zug! Nimm fort, fort, nimm Zug! Okay. Aber der Chat... Der Chat... Du schnitt aufnehmen, oder michi? Okay, war ja... Das wär aber mal klasse, wenn der Chat noch rufen nicht mehr gehört. Hallo! Halbzeit, 1-0 für Tennis. Men U gegen Bayern. Das geht noch was, das geht noch was. Das geht noch was, das geht noch was. Wir Bayern jetzt. Wie auf YouTube. Geht nicht, weil YouTube arbeiten nicht mit Twitch zusammen. Aber bei Google Plus konfs, ähm, konser, ein paar mal im Konto konf's machen. Auf Google Plus teilen. Was ist denn das? Was soll'n das sein, Jonas? ich konnte sie da kennete mich jetzt waren große fans aber was soll das sein käse das spielt das spielte spiel kein holländer was k a kaputt oh patrick jetzt macht schießen tor ich habe gemeint patrick bis gut noch kurte luft allah und sein schild geht ab neusenstein vorne vorn so ist richtig jetzt zu schauen einer kopiere das stück hochmann ich trinke jetzt ein kroger isa hof no more blue no more blue no more blue solar fellowship tun auch oder salafi trug mit der mutter ok es war französisch für anfänger was wäre 70 Prozent was willst Jonas oh Dennis mit dir spielt keiner FIFA ist langweilig gewonnen knapp fertig ist es fertig das Spiel Raffinja der Urreich der Kimmich ja Sanchez wer will nach der Sanchez sehen also hallo wer will Sanchez sehen aber wir haben noch einen Zuschauer der fremd ist doch Patrick Jonas und meine drei Zuschauer hallo fremde Zuschauer schreib in den Chat ja du bist jawohl ich zeig dich ab Luftpump ja wenn du so geschafft den Dennis ahja da kann nix den Dennis der Mann da ist der Oberskilder Meister aber wie 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 schneidest du im online ab immer dennis schon online gespielt und wie ich wie schneidest du ab ha ha der Busfahrer hallo Busfahrer ja da muss ich mir jetzt noch keine Antwort geben alles was hier wohl auch keiner mit der spiele dann online Patrick Patrick du war schon nicht immer am Gegner riecht du auf ha 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 werbung werbung kommt jetzt köln jawohl rotkarte weg mit dem weg mit ihm so jetzt jetzt das ist ein patrick saas kurz kurz vor abpfiff patrick das ist das aus patrick nutze abseits gott patrick jetzt du bist die dritte zuschauer michi jetzt erst so dann müsste es aber tot und bald vier steht jawohl herzen die bunds herzen 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 die studio das auch guter jetzt er ich habe mich jetzt dreimal doch hallo ich hätte nichts gemachtes wort das wort michi aber du musst aber wirklich nicht so wie du musst so wie ich die ganze zeit auch erzählen so jetzt bin ich dabei nitte langweilige milzi jonas ich kommentiere doch schon geangst der mich ist real und stefan ist passen x flanke b schieße y steil passt dahin sprintet noch und olaf ja gedrückt halte los jemand start der derby paris gegen real madrid im chelsea stadion jetzt sind sie die vier zuschauer das sind die kommentare ich wir müssen noch ihr müssen noch kommentare ausstelle oder ist schon aus okay so ja der stefan spielt jetzt der ist bestimmt ein skiller ja ja da kommt schon die miese grätsche verletzt marcelo muss raus links oben und und ja nach vier minuten steht es 1 zu 0 ja der stefan der ist eine luftbump lautern style ja das frühe 1 0 jetzt jetzt oh der marcelo muss raus links unten der marcelo oh koin trau der koin trau der portugies der edinson bb bb oh jetzt aufholjagd von stefan milis oh 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 das ist richtig milsi du paif man milsi ah karim benz 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 maaa oh sauberes tackling milsi milsi ja oh oh gotter oh das war ein faul was macht denn der da auf dem botte der soll weiterspiele ja 8 will bell 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 schon wieder ein gutes tackling also stefan langsam kannst oder oh david luis david luis der jetzt oh gott caravaniva ja aber bissl härter Nicht so ein Luftbombe-Schuss. Ja. Das ist doch selbstverständlich. Oh, du, bei der Alte, bei dir aus dem Zettel-Weltkrieg. Ja. Der Milsi hat noch 1943 gespielt, oder? 42 oder 43? Ja, FIFA 42. Oh. Ja, ihr drei Zuschauer. MML-Production. Ist schon mal ein Applaus wert, dieser Torschuss. Oh, diese Skills. Jetzt Edinson Cavani. Oh, my two, my two. Was doore. Jetzt. Milsi, du musst schießen, du musst schießen. Oh, den Ben Affer. Jetzt. Keine Affer. Hat nämlich hier erstens seine eigene Hälfte getrieben, irgendwie. So, kommt jetzt das 2-0. Benzema, Benzema. Oh, Kevin Trapp. Wahnsinnsparade. Torhüter von Paris. Nationaltorhüter der deutschen Nationalmannschaft. Das ist halt so ein richtiger Kevin. Jetzt Skywurf, Bail mit der Flanke. Jetzt. Rames Rodríguez. Der Fahre-Zone. Rames Rodríguez. Bail, 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 Bail. Oh. Oh. Trapp. Das Spiel der Spieler. Ja, den ist nun mit dem Spiel. Kevin Trapp. Ah, Jehova ist ein Ex-Lauderer. Der Trapp. Ich will erst mal sehen alles, was du schreibst. X-Drücke. Oh, Benzema, Benzema. Jetzt kriegst du ja noch ein Ronaldo, 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 Ronaldo. Oh, Ronaldo. Jetzt. Konter. Konter. Du bist doch niemand. Doch, du bist jemand. Ob Cavani. Edinson. Letztes Wochenende. Ein Dreierpack. Viererpack sogar. Benzema. Benzema. Benz. 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 Benzema. Benzema. Oh, Kevin Trapp. Der ist eine Macht da hinten drin. Der Ex-Lauderer. Ja, der Junge hat sich jetzt... Oh, die... So ein gutes Fußballspiel, wenn ich packen muss. Nee. Mm-mm. Ah, da ist er wieder, der Kevin. Viererpack war's, Jonas. Schon wieder der Kevin. Raus hinne. Ob Milzi, das Ends Null packst du über die Zeit. Hab Zeit. Das ist erst Halbzeit. Das wäre schon... Warum hast du eigentlich Chillibeans? irgendwann Geburtstag raus. Ich weiß es. Jetzt sag, dass er weiß es. Klar. Cointraub. Ja. Cointraub. Fabian Cointraub. Die hohe Flanke. Die hohe Flanke, 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 Flanke. Die hohe Flanke. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Aber der Milzi, der ist nicht mehr weiter zu empfehlen für FIFA. Jetzt... Rames Rodriguez. Rames Rodriguez. Goal! Oh, Kevin Traub. Da, bei ihm kannst du dich bedanken. Bei ihm kannst du dich bedanken. Ja. Ja. Ja, da kommen jetzt schon die Ausritte von Milzi. Playstation wäre er besser. Ja. Au. Knappes Ding. Peper. Ja. Das ist kein Torschuss. Das ist ein Abschluss. Abschluss von der Ecke. Alter, ne. Ein Torschuss her. Mit X. Ich hab's ja kein Torschuss gehabt. Ah ja, doch. Ein Torschuss. Ein Torschuss. Ein Torschuss. Ein Torschuss. Ich weiß es nicht. Du spielst mal. Hahaha. Das stimmt, Jonas. Das stimmt. Na. Hahaha. Jonas' Oma spielt besser. Toni. Toni Toni Toni. Jetzt Toni 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 Toni. Oh. Modric. Luka Modric. Boah, der Kevin. Der Kevin, der ist nicht gemacht. Das ist krass. Ja, sogar der Franzose hätten wir hin, oder? Das ist ganz schön. Hallo. 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 Ronaldo. Goal. 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 Beel. Was nen Solo, Cristiano Ronaldo. Na go with Bale. Das kann er jetzt nur wegen seinem Arm. 3-0 für Real Madrid Oh, jetzt Toni Toni Jawohl Jonas Kommt jetzt noch der Anschlusstreffer Amilsi, kurzes Interview zum Spiel Was sagen sie gerade? Ja, ich packe jetzt alles Skills aus Ich gebe alles, ich gebe alles Ich glaube in der Halbzeit War eine deftige Ansprache vom Trainer Toni Toni, die Pace-Hur Oh, der Der Toni Toni Oh Gott, lasst er sich ausspielen Jetzt geht es, Bale Modric, Lukamo Oh, einmal dritter Schock, Herrenunterwäsche bitte Redin Zonkavani Gespielte mit nun 72 0 Tore, 0 Torschüsse Nur X Das war aber Ja, das ist ein Pass, aber Oh Gott, kein Trauer Immer über die gleiche Seite Bale, Bale Oh Nee, das war kein Elfmeter Ja, also das ist jetzt schon eine schlechte Vorstellung Nelze, muss man jetzt ehrlich sagen Ja, okay Karim Benzema 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 Oh Sicher ins Aus Das ist jetzt schon ein Zeitspiel Der wird schon nach Sonne Ja, da wäre ich ganz furchtender Unterwäsche Pepe, Pepe, Pepe Thiago Silva Blockt ab Oh, das sind wir gar nicht mehr Oh, Kevin Traap No Da kann man ruhig mal klatschen Ja, da ist sie in die Fans Hast du ein Bild gekriegt? Das habe ich von ihm verroren Das ist ja noch ein Hallo DEP, wir spielen auf der One Guck mal in Whatsapp Ob das Bild kriegt Torsche Jonas Und Michi Jetzt Konter Cavani Edinson Cavani Oh, Unterregel Oh, Gott Milzi Wir sind gar keine Skills Oh, Edinson Cavani Was ein Tackling Jawoll Oh, in die Allerrichtung Ah, Milzi Ich bin schon wie laut Oh, das kann man schon als Schuss sehen Applaus Milzi Ah, da ist dieser überragende Mann Give a fail Kurzes Interview nach dem Spiel Was sagen Sie zu der Niederlage? Ich habe alle mal Skills gegeben Aber 4-0 hat es nicht gegeben Milzi Das war das Wort jetzt zum Sonntag Real Madrid 3-0 gegen Paris Ich weiß ja schon mal So Muss man verabschieden? Was geht? Verabschieden Verabschieden geht er Tun wir uns verabschieden? Verabschieden Ich weiß nicht, wie lange der Pirok genommen wird Einmal müssen wir noch eine halbe Stunde müssen, wenn wir uns immer verabschieden, ist immer eine halbe Stunde Und dann machen wir jetzt noch eine Pause Und dann machen wir jetzt noch eine Pause Wir machen nur Pause Pause Aber ich muss auch pissen wie nur Was für ein Bild Guck ihnen da eine WhatsApp-Norricht Aller Pause Tschau Guck Guck finally